Hallo, hier ist Günther von Scootertouren und heute gibt es zum gründenden Abschluss unserer Pfalztour Bilder von unseren Teilnehmern. Das Interessante ist, was sehen Teilnehmer? Die haben einen anderen Blick auf die Sache. Schaut es euch an, habt viel Spaß und genießt es, weil Ende April bei locker 20 Grad oder 25 Grad richtig sommerlich, das ist ein seltenes Ereignis. Viel Spaß beim Schauen. Ciao, ciao, euer Günther. Musik 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 Musik